Hey, ich bin Maschino und ich bin der Abteilungsleiter der Zockerabteilung und heute spielen wir in eine schöne Runde F1 Rasters mit zweitern unserer Zockerabteilung. Das sind einmal Code Julio und Anubis. Was? Ich wurde mal Vor-Anubis genannt. Hervorragend. So schläft man sich hoch hier im Spiel. Hallo Leute. Du meinst wohl so schläft, dass ich bei dir hoch. Wir starten heute mit Monaco in der ersten Strecke. Der vermutlich schwierigsten Strecke der kompletten F1 Rasters Reihe. Und deswegen bin ich. So, und da ich hatte den Kick-Suche-Form auch noch ohne Hut heute. Das wird richtig schwer, aber stecken wir, das krieg ich mal hin. Zumindest vor den anderen beiden anderen. Ich krieg das auf jeden Fall. Ich bin ja schon direkt vor euch. Ja, 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 ja. Danke für das Bumpen. So hast du mich komplett drunter gebumpft gerade. Nicht? Ja. Weiß doch nicht. Ja, ich hab mich vorgemogelt. Haha. Parkierend. Nein, Eis ab. Wo kam die Gelbe her? Ich bin so nervöschen. Fuck, ich hab die Eifahrt zum Schlüssel verpasst, ey. Dann wurde hier jetzt der nahe Nubis wieder, ey. Ja, oh. Ich hab dich sehr knapp nicht mit der Gelben getroffen. Aber egal, dann treff ich halt mit der Roten. Ja, ja, komm ich halt mit der Roten, ne. Ist klar, ey. Dann komm ich halt mit der Roten, dann. Ist okay. Ah, du bist halt anscheinend den Schlüssel verloren. Ja, das ärgert mich gar nicht, ey. Ich hab ihn wieder. Glück aufs. Er ist nur ein paar Millimeter hinter mir gefallen. Hm, Penislänge, ne? Ich meine. Ich die Rakete. Mit Schlüsselbengen. Da sind sie wieder. Haha, hallo, Leutchen. Da ist so ein Nubis hinter uns. Ja, ich hab schon gerochen, ey. Riecht er so streng? Ja, Mann. Da was riechtend er so? Gegen den Wind. Gegen den Wind, ey. Ja, da was riechtend er so, dass du schon aus 5 Kilometer riechen kannst. Das hat ja mir schon Game reingedrückt, ey. Auf deine Rotchenase. Die Wall. Die Wall. Das Redenboy war gestern, heute gibt's die U-Bowl, ey. Zack. Der Gelben war ich nicht mal ganz gepflegt auf. Ja, das glaub ich dir sogar. Kannst du auf der Roten ausweichen? Nö. Das attack nicht. Du schickst mir aber so ne gelbe Mal nach vorne. Ja. Bei der Kurvenstrategie hier gerade. Das macht, das macht auch richtig Sinn, ey. Ich hol mir den Schlüssel. Ich komm mit. Ich hasse dich. Geh weg. Du nimmst ja die nur weg, ey. Geh weg. Geh weg. Das ist mein Schlüssel. Streit ihr euch gerade wirklich um den Schlüssel? Ja, wir streiten uns um den Schlüssel. Aber ich bin... Nein, du kleiner Tod. Ach doch, Alter. Zwei Meter vor dem Tor. Weißt du? Zwei Meter vor dem Tor drückt der mir eine Runde, ey. Sehr homo, ey. Ich war mich innerlich schon so am freuen, die so... Ah, yeah. Das kann mich mal, ne? Alter, echt zwei Meter vor... Boah. Das ist so ein behindertes Kind, ey. Ihr habt Spaß da hinten, ich merk schon. Wo bist du? Ich bin jetzt in der letzten Runde. Okay, ich bin ein paar Meter hinter dir. Ich hasse dich. Ich bin jetzt kurz vor dem Ziel. Alter, lösch dich doch einfach. Lösch dich einfach ent. Alter, du bist so eine kleine Merkel, Alter. Wir müssen leider den Lockdown verlängern. Die Kaffekalisten haben mir befohlen. Wir müssen den Lockdown verlängern. Verstehst du, was die Merkel da sagt? Nein, aber es hat sich an wie Aramee. Ich muss den Lockdown verlängern. Ja, da kommt sie ja auch her, lieber. Da kommt sie ja auch her, ey. Es wird Zeit für Kapitalismus. Wir müssen den Lockdown verlängern. Es wird Zeit für Kapitalismus. Wir müssen den Lockdown verlängern. Sehr geil, Digga. Sehr geil. Wo ist der dobe Schlüssel, ey? Warum ist hier kein Schlüssel? Ja, ist wahrscheinlich der Nubi schon gegrappt. Ja, ja. Ich bin schon durch. Oh nein, nein. Du bist durch seitdem geboren, mein Bruder, ey. Ach, keiner kann euch leiden, ey. Ja, ich weiß. Wo ist denn so ein Maschine? Äh, ich bin durch. Ja, ich bin durch. Drei, zwei, eins, jetzt. Okay. Ja, okay, finde ich das gar nicht, ey. Nur weil du Dritter bist. Oder noch schlechter. Die runde Standardposition von ihm. Mit dem Maul, Alter, weil du jeden verfickten Bug kennst, ey. Du bist so der Bug-User, ey. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ein Bug. Das ist ein Feature. Wahrscheinlich. Was denn, jeden Bug zu kennen, das ist ein Feature. Wenn man bei uns nicht benutzt. Das ist alles, ey. Ich wollte mal Star-Truber werden, ey. Ja, aber jetzt bin ich, Alter, ist so unglaublich. So viel Whisky hab ich gar nicht, um das Deck zu laufen. Er hängt heute Abend in der Badewanne mit Whisky in der Füllaufaltung. Komm, halt, ist die letzte. Ich war trotzdem sechs Sekunden hinter ihm, ey. Der Wahnsinn. Trotz dreimal mit der, ähm, Ding. Boah. Welche Option? Dreimal, dreimal Schlüssel? Jetzt gibt das zu, ey. Na ja, zweite Runde. So, zweites Rennen in Italien. Bella, Italien, meine neue Heimat von meinen Kindern. Du musst denken an die Familie. Na ja, aber ich denke mal, dadurch, dass Monaco ja schon so gut geklappt hat, wird jetzt, denke ich mal, der Rest auch nicht so schwer werden für mich. Kalolia, warum haben du verraten, Familie? Ich werde das mal komplett durchgebammt hier, aber okay. Konjuni nutzt Abkürzung. Da hab ich von den Westen gelernt, ey. Ach so ist das, ja? Hab ich schon abgeguckt, Junge, weißt du? Na, wahrscheinlich. Ich hab euch nicht. Ich hab euch niemand getroffen. Ah, das war an die Machen gleich. Okay. Ja, schlechter Versuch, ja. Ich hab auch Konjuni noch hingeschaut, deswegen passt schon. Zack. Nein, und dann klauen die mir das Item. Bumm. Nein, ich hab mich selber untergegangen. Du Charo. Das geht ja mal gar nicht klar. Doch. Wie hast du die Rote abgewehrt? Ich hatte eine Blaue. Hab ich nicht gesehen, ne? Ja, ich setze sie auch mal ganz kurz vorher, bevor ich mich die Rote erwischt. Weil er die Blaue nicht gesehen hat, war da kein Blaue. Ende. Richtig. Es war ein Cheat. Es war ein Cheat. Es war ein Cheat einfach. Ich cheat immer wieder. Weil man kennt's. Sehr, ein, ein, du bist hinter mir. Wie ist der denn da hingekommen? Na, weiß ich nicht. Was? Ach so, das war meine Rote, oder was? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Hab ich jetzt die Uhr angeschlossen? Hast du mich angeschlossen? Ich hab's nicht gecheckt. Da ist noch Konjuni unten. Das Maul, du hast noch mal gemerkt, ne? Lassen wir uns, erst mal uns ausbumpen. Genau, das kann Anubis. Ja. Und dann auch Geschenkestil. Ei, komm! Bürgermeisterprivilegien. Jetzt Maul, alter, du. Danke, Konudio. Konudio hat einfach die Rote für mich abgefangen. Läuft. Ah, scheiße. Maschine hat einfach immer eine Blaue für mich angenommen. Nimm die Rote, Digga. Schluck die Rote. Die ist weg. Ich hab die Rote genau gesehen, wie sie grad weggegangen ist. Aber hier nochmal. Mach ich's halt. Und die hatte keinen Bock. Ich hab's genau gesehen, wie sie in eine Bande reiben wollte. Konudio drückt mir eine Rote rein. Malz verdient das. Ja, wahrscheinlich. Ey! Ja, super, jetzt bin ich letzter. Ja, du bist wirklich mit dem Blauen, ne? Ja, ja. Musst mir nichts erzählen, ne? Ich erzähl dir auch nichts. Ich erzähl dir auch nichts. Klingt dir was. Wo ab, Alter, mit deiner fucking Roten, ey. Becher. Sag nicht, du warst das nicht, ey. Nö, das war ich auch nicht. Das war ein CPU hinter mir. Ey, was? Wie, wie? Wie ist die jetzt an die Blaue vorbeigekommen? Na, du bist es wahrscheinlich schon im Ziel. Ne, noch nicht. Aber du hast dann im Werder noch, glaube ich, eine Runde. Ja, eine Runde ist auf jeden Fall noch. Oh, fucking Blaue, Alter. Ne, es ist der Typ wieder angekommen. Ey, Mann, ich hab mich in mein eigenes Game getroffen. Ne, das war meine Gelbe. Ne, wie? Das war deine Gelbe. Ja, das war meine. Eizop. Ja, true story. We talk, Alter. Ne, wahrscheinlich. Das war, wie ich keine Drogen nehme. Ach, komm, ich wäre gerade von jedem random Scheiß getroffen, habe ich das Gefühl. Ja, ich auch, ey. Trotzdem bist du vor mir. Schön ist es auf der Welt zu sein. Baller doch, baller den Wichser doch mal ab mit der Roten, ey. Ach, komm, ich hab nur noch eine Rotte angepasst. Warum blockst du das immer? Weiß ich nicht. Oh, sofort getroffen. Wichser. Noch mal getroffen, ist egal, ich bin Erster. Noch. Wie kann der, ey, wie kann der Zocker zwei Sterne einsammeln? Mal ganz ehrlich, ey. Ich bin einfach zu fett. Habt ihr es jetzt langsam? Nein. Wir kämpfen hier gerade noch. Und nebenbei versuchen wir dich noch zu beschießen. Ich mag das. Was natürlich die Hauptaufgabe ist, ey. Alter! Ey! Ey, Maschine. Das ist gerade ein Kampf zwischen uns beiden, ne? Oh, ein Alter. Aber auf Leben und Tod, ey. Wer stirbt als erstes? Was haben wir jetzt zwei eingesammelt, ey? Ich bringe euch ab und zu mal so ein paar Geschenken nach hinten. Ach, halt der raus, ey. Ich hab mich gerade so einfach mit meinem eigenen Game getroffen. Geil. Ja, genau. Als erster Platz wird es auf jeden Fall gewesen sein. Ach, jetzt kannst du... Nimm doch mal eine gelbe von mir, ey. Wenn du es mal... Nö. Wenn, dann... Ich treffe mich gerne selber. Ja, toll. Ja, toll. Irgendwas hat mich ja... Irgendwas hat mich gelöst, ey. Ja, finde ich gut. Bin ich wenigstens mein zweiter Platz. Mann! Richtig. 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 bekomme ich bin dritter der paul ist ja noch da jemand hat mir das 60er geschickt ist ja schon wieder die abkürzung rausgekommen aber was ist das jetzt diesmal du ja ok gelbe gegen gelbe und da kommt eine rote von panurio doch sehr schön du arschloch alter hat er doch die abkürzung genutzt ja auch eine rote getroffen egal ach da kommt die gelbe ich habe eine wolke und 60 höre ich schon wir ersten schon wieder verreckt ja ich hatte gerade totes kombi aber die wolke ist zum glück wieder weg nein da kommt eine roteste ernst zum glück kam das item instant zumal wenn man ja kein hat dann hat kommen die die eine verfickte abkürzung genutzt abgabe meine strecke aber ich glaube auch hier werden wir heute erfolgreich sein wo keiner kann ich leiden ich weiß ich kann es nicht auch genug betone ich weiß ich kann ja auch mal das letzte selber sollen dass das ist zufall ja ja das ist hundertprozentig zufall bei hundertprozentig hinterher natürlich das ist einfach nur zufall ja 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 da haben wir nichts zu tun das nächste aufstehe ich mal gucken wie viel zufall das wirklich ist wer ist denn eigentlich erster ich nicht äh ne nico bis erster als seite hol ab du abstauber ich habe einfach nur drei gelbe bubbles abgefeuert völlig normal was macht ihr da hinten kuscheln geht gar nicht dran ich bleibe bei Mario da vorne wenn es recht ist ich habe kein Geschenk bekommen nein da kommt das roto ja ich war natürlich genau in den wirbelsturm rein egal ey du schocko kein boost zu kommen okay fantastisch damit dürfte ich in der zweiten runde sein warum kriege ich nur als erster eine rote ich kann mir das immer erklären ja wir könnten aber wir wollen sagen wir dann dann fahren wir jetzt einfach nur gestern der strecke so schocko die mathematischen gleiche würde er sowieso nicht verstehen wahrscheinlich nicht du bist ein alter du bist du als verfickter homo ey ich merke schon ihr habt euch da hinten belieb ich will mit euch da hinten nichts zu tun haben ich rede wie die asozialen von RTL SL2 dumm leberkäse ist gesund frischkäse ist gesund fernsehen ist gesund alles nicht das ist vorbeirat läuft oh mann alter so ein ver-fickter was ist das so für eine abkürzung er nur ich kann echt jede verfügte abkürzung ich auch ich habe das achievement jeder abkürzung im spiel genutzt also ich bin eigentlich ein theoretisch mit einfach etwas komplett durch wenn man zusehen nehmen will als ich gott das gott gemeldet aber das ist nicht schlimm ja die korte vielfalt aber anscheinend euch jemand angeschrieben was schon ja ich werde sonst nie angeschrieben aber jetzt natürlich in der aufnahme normal noch eine runde aber ich hab so einen spaß man merkt dir deinen spaß an ach halt viel lohn ich sag mal kurz vor mir wer schickt denn eigentlich so oft immer safety cast zu mir vor was sollten das abkürzung war ja so klar ja irgendeine rote sucherbubble natürlich klar immer auf mich und damit bin ich durch sehr schön ich habe mich aber schon nicht gut angeschrieben ja toll habe ich mit meiner roten sucher wabbel ballons abgeschossen hat sich gelohnt für dich aber richtig aber wisst ihr was ich schön finde wirklich schön was denn dein hinterm kann ja keiner kann ich leider ich habe mich schon hier drüben könnt ihr klicken um zu anubis video zu kommen haben auch noch einen part gedreht und hier könnt ihr mich einfach kostenlos abonnieren wir sehen uns dann wieder